um einfach mit den wurfmessern von der decke aus ein abschießen hoffen dass sie aufs dach steigen und sie dort um nie das ist was ich finde das sehr praktische methode ach ja und wenn man ah nein habe ich nicht vor aber danke der Nachfrage wenn man vor einer Woche einen Steckbrief abreißt dann wird man verfolgt die sehen das nicht gerne das nehme ich zuerst Schatz oder Turm ach komm ich den Turm er wird vor er wird schon betreten ich bin kein Teufel dringend so nicht so süß nein Quatsch ja CD aber ich renne doch hin dort hin ach komm weißt du was wie macht man das wie macht er das nun wie willst du gehen sei oder Axt ach ich nehm durch au mhm klar komm er tot zwei tot dritte kommt zugleich kommst du feigling pö weg rein zö was ist los dumm ist immer wenn ich die also ich die Bogenschützen ähm so kurz mal bestochen habe ich sag's mal so beim Durchsuchen sind die dann immer auf die Straße gefallen das ist dann ärgerlich ha ok gut den Boot habe ich jetzt auch es fehlt nur noch der da hier da da eine Bekanntmachung im Namen des Medikus Maestro Chorsini eine Behandlung mit seiner Behandlung mit seiner Behandlung mit der Exode die Strohregeln aus dem den 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 hopp 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 oh komm her du Taschendieb komm her ja sind Taschendiebe die haben immer um die 500 Florin dabei und das praktische ist sie wenn man sie aus Versehen mal ja kitzelt mit der versteckten Klinge ähm dann wird also steigte Bekanntheitsgrad nicht bin ich noch praktisch und sie werden ein fast ja nicht die ganze Zeit aber manchmal noch praktisch weiße vor die Füße oder kommt zu dir aufs Dach das sind sehr schön muss man nur kurz stehen bleiben dann da 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 tausend fünfhundert vorliegen ja 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 ich weiß noch was ich noch zeigen muss ich habe noch wir eine glyphe gefunden zeig ich dann noch kurz den Standort ich habe das Rätsel noch nicht gelöst aber nur damit du es bist ich will ja wenn möglichst alles zeigen Hi ich wollte nur einen ruhigen Tag für einen ruhigen Tag Einen ruhigen Tag das ist jetzt wirklich um selten dass die mir so häufig vor die Klingel springen das ist ein Stück hatte die 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 Schnauze zu nur nein falle nicht runter wollte ich jetzt ein bisschen Arja stimmt wie verzeihend das war da oben wir sind verdammt das darf jetzt nicht sonst bin ich nun nicht mehr an nun ein die wird da ab die ich bin ja nicht wie ich schreibe ich halte mich kein So, jetzt, wo war das nochmal? Hier, da, bin ich gefunden. Ich hoffe, ich kann es jetzt nicht. Sie wird vererbt. So, lesen wir die doch mal. Er trug ihn bei sich, finde sein Erbe. Franky Delano, Uswold, Strategistreff. Warte mal, was muss ich denn finden? Trug ihn bei sich. Ah, hier. Okay, da muss ich immer den Edenspeter finden. Gut. Wo ist noch einer? Hinspiele, 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 Hinspiele. Da. Hey, Gandhi beim Salzmarsch. Da. 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 Passgur gefunden. Okay. 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 doch ein Fehler in der Nähe dann würde ich sagen hier, da geht es in einer anderen Stadt irgendwo ist noch ein Rennen da ah, Entschuldigung ah, Schlimm Motor da ist noch ein Steckbrief, perfekt und dann muss noch zum, ah Arzt was ich noch so, hier gekauft habe Ausrüstung glaube ich na doch, ich habe noch einen großen Beut gekauft dass ich jetzt 15 Medizinpfächtchen tragen kann nur so damit die euch nicht wundert wieso es jetzt 10 mehr sind so gut gehen wir zum Rennen was auch konzern da war na wui